moin und ganz herzlich willkommen zu einem video auf mein kanal und heute habe ich für euch die zinc z1 bouquet raketen richtig schöne rakete von der firma zinc wir haben hier zehn wunderschöne raketen enthalten zweimal die brokart und blau zweimal die silberweide zwei mit die silberweide rot blinker zweimal trimulant und lila und zweimal weiße blinker mit rubin rot wir haben hier die charge aus 2020 gesamt nm 200 gramm spricht 20 gramm pro rakete das meiste was erlaubt ist und ja leute ich würde sagen ich schaue noch einmal ganz kurz rein schneide den karton einmal schön auf so holen wir uns da mal eine rakete als beispiel raus so sieht eine rakete aus wir haben jetzt hier die mit der roten kappe richtig schönes design recht klein auch gehalten und ich würde sagen die zünden wir jetzt und dabei wünsche ich euch ganz viel spaß leute so zingt z1 bouquet raketen schütteln wir einmal den karton aus da sind sie kappen wir sind ja schon halbwegs hier weg ich fühle mal kurz im raketen ständer auf und dann sehen wir uns gleich wieder so und wir fangen an mit der silbernen kappe richtig geil machen wir die rote kappe geisteskrank mit roten stern alter leute so wunderschöne raketen dann machen wir die mit der blauen kappe dann die weiße kappe das ist wunderschön und zur guter letzt machen wir die gelbe kappe leute gibt dem video einen dicken daumen nach oben und lass ihn da mit der leute auch am bis und bis 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 bis